So, da sind wir mit Seven of Nine auch schon wieder zurück. Jetzt, uh, holla. Das sieht sicher aus. Haben Sie etwas gehört? Was war das? Sie müssen sich bringen! Was? Der hat uns verletzt. Der hat uns verletzt. Der hat uns verletzt. Scheiße. Er ist schwer verletzt, Monroe. Er muss zurückgebeamt werden. Sorry, Sir. Begeben Sie sich zurück zum Schiff, Nelson. Yes, Sir. So. Einer in Sicherheit. Hehe. Oh, 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 oh! Ja, toll. Ich habe nämlich keine mehr. Ah, super. Ja, ich muss mich jetzt hier erstmal aufklären. Bleiben Sie hier und halten Sie nach weiteren Borg-Ausschau. Friedrich Monroe und ich gehen voraus. Sir? Eisser. Ach. Seven, wo willst du hin? Dort ist der Transferpunkt zu den inneren Räumen. Es wird etwas dauern, dieses Kraftfeld umzuleiten. Alex, die Borg-Komp. Ja, wo denn, wo denn, wo denn? Es sind so viele. Vorsicht! Seven, was machst du denn hier? Vielleicht sind Sie hier, um Freundschaften zu knüpfen. Ich habe dazu nicht die Zeit. Ich bin okay. Das ist los für mich. Was geht, ich muss rein? Oh, komm, komm, komm. Hä? Sie? Dreckstau. Oh, komm, 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 komm. Oh, komm, 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 komm. Oh, komm, komm, komm. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Haben wir es jetzt? Jetzt wissen Sie, dass wir hier sind. Oh, hmm. Geben Sie mir Deku. Nur einen Moment. Wie viel denn noch? Geben Sie mir Deku. Boah, mein lieber Gesangsverein, das hat es jetzt aber gerade in sich gehabt. So, da, dahin, okay. Wohin nun? Das macht keinen Unterschied. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Mit, gehts nicht deep. Ah, ok. Ei, 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 ei. Das war mit Sicherheit ein Kraftfeld. Genau. Ah, Moment mal, ich will mich noch vorher aufladen. Einmal da. Was ist das? Ja. Oh wei, was ist das hier? Ja. Oh nein! Geben Sie mehr Deckung. Unten bleiben. Ja toll. Unten bleiben. Ich bin runtergefallen. Ja komm, 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 komm. So, jetzt nochmal das Ganze. Alle herkommen. Mann ey. So. Ah ne, Moment mal, von hier kam er doch. Das ist auch schon wieder verkehrt. Ah nein. Alles wieder rein. Da. Noch einmal. Was haben wir hier? Waffenenergie. Tja. So ganz blick ich jetzt hier nicht durch. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Die primäre Subverarbeitungsmatrix. Was geschieht hier? Ich sollte in der Lage sein, wertvolle Informationen aus dem Speicherkern herunterzuladen. Ich werde versuchen, die genaue Position des Isodesiums auszumachen. Sonderbar. Der Speicherkern ist fragmentiert. Bestimmte Daten sind abgeschirmt. Das ist nicht typisch für die Borg. Alle Informationen werden sonst von ihnen allen geteilt. Diese Borg sind wirklich ungewöhnlich. Faszinierend. Was? Ich habe noch weitere Informationen über die Forge gefunden. Dieser Würfel enthielt eine Sonde, ähnlich der, auf die die Voyager gestoßen ist. Sie werden von der Forge geschickt. Alle Schiffe, die über ausreichende Technologie verfügen, um sie zu zerstören, werden durch die ausgelöste Explosion hierhin transportiert. Sobald dieser Würfel hier war, wurde er von einem Schiff, das von der Forge geschickt war, angegriffen. Scavenger nennen sie Harvester. Sie nahmen die gefangenen Schiffe auseinander und brachten Besatzung und Teile zurück zur Forge. Sie haben tausende von Drohnen gewaltsam entführt und fast ein Viertel des Schiffes entfernt, bevor sie vertrieben wurden. Der Resistenzquotient der Harvester ist sehr hoch. Eine Spezies, vor der sogar die Borg Angst haben? Wir haben nicht vor, hier lange genug zu bleiben, um ihre Bekanntschaft zu machen. Seven, irgendwelche Informationen über das Isodesium? Nur einen Augenblick. Anfrage. Ja, drei Ebenen weiter unten. Quartier Umgebungskontrollkammer 9 Alpha. Da ist mehr, aber ich habe keinen Zugang. Der Speicher ist fragmentiert. Das wird reichen. Setzen wir uns in Bewegung. Seven? Seven! Es tut mir leid. Ich war abgelenkt. Ei, 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 ei. In Ordnung. Okay, legen wir los, Leute. Okay. Kommt mal alle weg da. Kommt weg da! Nicht wieder zurück. Och Mann, ist der doof. Ich weiß jetzt nicht, wofür das gut war, aber egal. Freunde, bevor wir diesen Abschnitt hier betreten, mache ich Schluss. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Bis dahin. NRW war 18. Adieu. Also. Bye.